Oben auf des Berges spitze liegt das Schloss in Nacht gehüllt, doch im Tal leuchten Blitze, helle Schwirten zu mirren wild, dass sich Brüder, die das Fächten grimmend speigern, gut entbrannt. Sprich, warum die Brüder recheln mit den Schwirten in der Hand? Gräfin Lauras Augenfunken zünderten den Brüderstreit, beide glühen Liebestrumpen für die Adlich-Wolde weit, welchem aber von den Beinen wenden sich ihr Herz dazu. Keiner grübeln kann's entfeide, schwirrt heraus, entscheidet nur, und sie fächten, fünferwiegen, hipofieben, niederkracht, hüten euch, ihr wilden, diegen, grau, sich blendwerk schleichen nachts, wie ihr, wie ihr blutge Brüder, wie ihr, wie ihr blutgestal. Beide Kämpfer stürzen nieder, einer in des Anderschal. Beide Kämpfer stürzen nieder, einer in des Anderschal. Viel Jahrhunderte verwehen, viel Geschlechter deckt das Grab, traurig von des Berges Hüllen schaut das öde Schloss herab, aber nachts in Thales Grunde fandet schreiblich wunderbar. Wenn da kommt die zwölfte Stunde, kämpfe dort das Brüderpaar. wird dann die zwölfte Stunden gelöstet. Wenn da kommt die zwölfte Stunde, die zwölfte Stunde haben, aber nie das Ganze im Haar, Auch die zwölfte Stunde, wir Laurence in diesem halle, die zwölfte Stunden und noch Wir werden mit der Zwölkung